Derby ist immer ein spezielles Spiel, mit Fans noch spezieller. Ich glaube, das braucht die Stadt, das will die Stadt und wir Spieler freuen uns auch schon riesig drauf. Es wird bestimmt ein anderes Spiel werden, denke ich. Ich glaube, zu der Phase war Hertha sehr verunsichert. Von dem her, ich glaube, da wird eine andere Mannschaft auf dem Feld stehen. Wir haben auch damals die Situation ernst genommen, weil sonst bestehst du auch gegen eine unsichere Mannschaft von Hertha nicht. Deswegen gilt es volle Konzentration, cool bleiben, es wird wahrscheinlich wieder sehr emotional werden. Mit den Fans muss man natürlich schauen, wie die Atmosphäre so wird. Wir freuen uns drauf, auch wenn es auswärts ist, aber es wird auf jeden Fall ein anderes Spiel werden.